Musik Zu Gast ist heute bei uns Karl Jarchow, Inhaber des landwirtschaftlichen Betriebs Hof Ülsby-Böcklund. Herzlich willkommen Herr Jarchow. Hallo, vielen Dank. Was machen Sie in Ihrem landwirtschaftlichen Betrieb? Na ja, was macht man in einem landwirtschaftlichen Betrieb? Das ist ein Familienbetrieb seit vielen Generationen, den ich geerbt habe, nach dem Tod meines Onkels, der den allein betrieben hat. Wir betreiben da Landwirtschaft. Die gesamte landwirtschaftliche Fläche ist verpachtet. Ich bin ja von Haus aus kein Landwirt. Wir haben einen Wald, der dazu gehört, den ich betreibe und wir haben ein sogenanntes Herrenhaus, was ich vermietet habe. Und insofern geht es mir um organisatorische Dinge, um betriebswirtschaftliche Dinge. Aber ich selbst sitze nicht auf dem Trecker. Sie stammen ja eigentlich auch aus Hamburg. Sie sind hier auch zur Schule gegangen, richtig? Absolut richtig, ja. Ich bin in Hamburg geboren, bin hier zur Schule gegangen, Grundschule, Gymnasium, alles was dazu gehört. An welchem Gymnasium waren Sie denn? Ich war an einem Gymnasium, das hieß früher Schleeschule und dann Erms-Schlee-Gymnasium in Hamburg-Groß-Flottbeek. Also praktisch so zwischen Ostdorf auf der einen Seite, Rotmarschen-Elbe auf der anderen Seite. Eine ganz interessante Konstellation. Da gibt es wahrscheinlich in der Schülerschaft auch interessante Mischungen und Erlebnisse. Ja, absolut. Wir hatten eine, ja damals in der fünften Klasse, was man sich kaum noch vorstellen konnte, wir waren 40 Schüler. Wir hatten ja alle noch eine Prüfung machen müssen für das Gymnasium. Man konnte ja nur dann mit bestandener Prüfung dort anfangen. Und wir hatten Schüler aus Groß-Flottbeek-Rotmarschen und wir hatten Schüler aus angrenzend Ostdorf-Lurup. Und wir hatten als Besonderheit auch immer noch acht bis zehn Schüler aus Finkenwerder, die jeden Tag über mit der Fähre rüberkamen, weil es in Finkenwerder kein Gymnasium gab. Insofern war es eine recht interessante Durchmischung der Schülerschaft. Wie kommt man denn aus Finkenwerder mit der Fähre, okay, dann ans andere Elbufer und wie ging es dann weiter zur Schule? Ja, die kamen ja mit der Fähre in Torwitzbrück an und fuhren dann mit dem Linienbus von Torwitzbrück zu uns nach Groß-Flottbeek in die Schule. Aber diese Fähre fährt wahrscheinlich auch nicht alle fünf Minuten. Das muss ja ein recht aufwendiger Schulweg gewesen sein. Ja, das war wohl, ich weiß gar nicht, wie lange die insgesamt gebraucht haben. Hing natürlich auch davon ab, wie lange sie zur Fähre brauchten. Aber auf jeden Fall hatten wir immer diese lustige Situation, dass dann so in der sechsten Stunde sich irgendeiner der Finkenwerder meldete und sagte, ob die Finkenwerder gehen dürften, die Fähre würde gleich gehen, die würden sie sonst verpassen. Und dann habe auch ich mich gerne angeschlossen und bin auch raus aus dem Unterricht etwas früher. Ja, das war lustig. Aber das ging. Das haben die jeden Tag durchgezogen. Die Lehrerinnen und Lehrer hatten Verständnis für diese Situation. Hatten ja gar keine Wahl. Ich meine, sonst haben die wieder eine Stunde warten müssen. Das ging ja auch nur um fünf, sechs Minuten. Das war nicht entscheidend. Okay. Nach der Schule haben Sie ja ein wenig hin und her überlegt, was Sie machten und haben sich dann für eine Lehre entschieden. Ja, ich hatte mich zu entscheiden nach dem Abitur, ob ich jetzt studiere oder ob ich erstmal eine praktische Ausbildung mache. Und habe dann, da ich von der Theorie ein bisschen die Nase voll hatte, habe ich mich entschieden, eine Außenhandelskaufmannslehre zu machen in Hamburg. Und das habe ich dann auch getan. Wie haben Sie die Position dafür gefunden? Naja, wenn man eine kaufmännische Lehre machen will, dann gibt es ja nur zwei Varianten. Wir hatten eigentlich, entweder macht man eine Banklehre oder macht Außenhandel. Ich fand Außenhandel spannender, weil man da auch mal ins Ausland, jedenfalls hofft zu kommen. Habe dann mithilfe unter anderem meines Vaters eine Firma ausgesucht. Da habe ich mich beworben und bin angenommen worden. Was war das für eine Firma? Wie hieß die? Die hieß Cosmos Export. Das war eine relativ, eine mittelgroße Außenhandelsfirma, die sich spezialisiert hatte auf die Lieferung, Planung von Anlagen für die Getränkeindustrie und auch mit der Lieferung von den Materialien, die man dann anschließend noch braucht, den sogenannten After-Sales-Krisis. Und in welchen Regionen wurden da diese Brauereien erstellt? Ja, das war eben sehr interessant. Das war sehr umfassend. Das heißt, trotz dieser kleinen Firma, die es allerdings schon sehr lange gab, war das sowohl in Afrika als auch in Asien, als auch in Südamerika. Wenn Sie sagen, kleine Firma, wie viele Mitarbeiter hatte die Firma? Wir hatten fest in Hamburg 30 Mitarbeiter, hatte allerdings auch noch einige Auswärtige, also in Lagos einen Vertreter und so in größeren Städten, wo wir sehr aktiv waren, hatten wir auch eine Vertretung. Und wie viele Auszubildende gab es parallel? Außer mir keinen. Ich war auch der Erste seit Jahren. Eine exklusive Stellung. Das habe ich auch weidlich ausgenutzt. Aber was haben Sie dann gemacht? Was waren so die praktischen Tätigkeiten, die Sie erledigt haben? Was hat die Firma gemacht vor Ort? Wie muss man sich das vorstellen? Naja, der große Vorteil für mich als einziger Lehrling in einer relativ kleinen Firma war der, dass ich überall sofort eigentlich, ich durchwanderte die Abteilung. Das war mal interessant, mal nicht so interessant. Die Buchhaltung war nicht so interessant. Aber ich war dann in der Handelsabteilung. Ich habe dann sofort, dort bin ich in die Sachbearbeitung eingestiegen. Ich war in der technischen Abteilung, wo die die Brauereien geplant haben. Das war natürlich schon interessant, dass man sofort integriert wurde und nicht nur irgendwelche Ablagejobs oder sonst was zu tun hatte. Und war relativ schnell da eigentlich vollwertig tätig. Und das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Die Ausbildung dauert zwei Jahre für Abiturienten an der Handelsschule. Und das waren eigentlich sehr interessante Jahre, muss ich sagen. Sie mussten aber nicht in der Zeit dann Ihren Wehrdienst antreten. Ne, das musste ich nicht. Ich bin zwar ein paar Mal gemustert worden. Aber ich hatte als Jugendlicher im Alter von sieben Jahren mal sehr stark Asthma aufgrund von Allergien. Und bei Asthma und Allergien ist die Bundeswehr damals schon sehr zurückhaltend gewesen, weil die immer Angst hatten, dass man vielleicht einen Rückfall hat bei der Bundeswehr und man dann irgendwelche Ansprüche hat. Und insofern hat man mich immer zurückgestellt. Ah, okay. Und dann ist es auch nicht mehr dazu gekommen. Irgendwann hat dann meine Firma Unabkömmlichkeitsantrag gestellt, als man mich holen wollte, weil ich da gerade im Auslandsprojekt tätig war. Und dann später war ich verheiratet und da wollten sie mich nicht mehr haben. Ja, nachvollziehbar. Nach der Lehre sind Sie dann ja bei Cosmos geblieben. Wann hat Ihnen ein Angebot gemacht, das Sie nicht ablehnen konnten? Naja, ich hatte ja eigentlich vor, nach der Lehre über ein Studium nachzudenken. Aber da die mir ein sehr interessantes Angebot gemacht hatten, auch mit Auslandstätigkeit, auch relativ gut bezahlt, habe ich mir dann überlegt, was soll ich jetzt eigentlich studieren und bringt mich das eigentlich weiter in dem Bereich, in dem ich arbeiten möchte. Und habe mich dann dagegen entschieden und habe dann das Angebot angenommen und bin dort geblieben als Festangestellter. Und dann eine Auslandstätigkeit in den nicht so klassischen Ländern, die man sonst so kennt. Naja, ich würde sagen, für den Hamburger Außenhandel ist es durchaus nichts Besonderes. Wir haben damals zu dem Zeitpunkt in Paraguay eine Brauerei gebaut und wir waren nach wie vor sehr stark in Nigeria tätig. Das ist ja durchaus ein Markt, der auch von anderen Firmen doch sehr stark bearbeitet wird. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert so ein Gesamtgeschäft? Also man errichtet eine Brauerei an einem Ort, aber bis dann ein fertiges Produkt an den Endkunden verkauft wird, muss ja eine Vielzahl von Dingen zusammenlaufen. Was musste alles koordiniert werden? Was waren Ihre Aufgaben? Was wurde vielleicht auch neu erschlossen? Naja, unsere Aufgabe war natürlich, wir waren ja kein produzierendes, sondern Handelsunternehmen. Und wir haben natürlich mit unseren Technikern die Anlage geplant, technisch geplant, haben dann auch die entsprechenden Angebote bei den Maschinenfirmen eingeholt, meist deutsche Firmen zu dem Zeitpunkt, und haben daraus ein Projekt gemacht, was angeboten wurde. Wenn es angenommen wurde, waren wir auch für die Durchführung. Das heißt, wir haben dann vor Ort Leute installiert, Montageleiter und Bauleiter, die vor Ort für uns tätig waren, um das Projekt dort zu beobachten. Und das Ganze wurde dann eben von den deutschen Maschinenfirmen, wurden die Monteure runtergeschickt und die haben das dort in wochenlanger Arbeit, haben die die Anlagen errichtet. Und dann war, als der nächste Schritt war, jemanden zu finden, der die technische Leitung macht, beziehungsweise den Braumeister, die alle dann auch traditionell aus Deutschland kamen. Das heißt, den haben wir auch gesucht, den haben wir dort unten platziert. Und wir haben zum Beispiel in dem einen Fall in Nigeria auch mit deutschen Brauereien zusammengearbeitet, in dem Fall war es die Holzenbrauerei, und haben deren Know-how auch mit einbezogen und haben auch dann unter Lizenz dort Hamburger Bier verkauft. Das heißt, man konnte in Nigeria ein Bier kaufen, das hieß Bergedorfer Bier. Eine reine Exportmarke, die es hier gar nicht gab, aber die konnte man da kaufen. Wie viel Zeit haben Sie denn damals in Hamburg, in Paraguay, in Nigeria verbracht? Wie haben Sie das aufgeteilt? Oh Gott, das ist schon so lange her, da muss ich nachdenken. Aber nachher war es mit Nigeria, auch in späteren Jahren war es eigentlich alle sechs bis acht Wochen, war ich da unten. Kann man sagen. In Ihrer nächsten Station sind Sie ja der Tätigkeit treu geblieben, sind aber von einem eher kleinen Unternehmen mit 50 Mitarbeitern in ein sehr großes System. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich wurde eines Tages angesprochen von einem Mitarbeiter des Hamburger Handelshauses Coutinho, Caro & Co., CCC, die auch in Nigeria tätig waren, unter anderem. Ob ich mir vorstellen könnte, bei denen eine Tätigkeit in dem Bereich Brauereien aufzunehmen? Ich habe mir das überlegt. CCC war natürlich ein ganz anderes Kaliber. Es war eine riesen Handelsfirma mit verschiedensten Abteilungen, mit einem Exporthandelsabteilung, mit einer Hochbauabteilung, mit einer Industrieanlagenabteilung, mit in Hamburg alleine über 500 Mitarbeitern und schon damals einen Milliardenumsatz. Das war natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ich habe mir das überlegt, aber aufgrund der Perspektive, die ich mir da vorgestellt habe, habe ich es dann gemacht und bin dann nach drei Jahren, drei Jahren nach meiner Lehre, habe ich noch bei Cosmos verbracht und dann bin ich zur CCC gewachselt. Vom Tätigkeitsbereich her war es ja durchaus vergleichbar, aber Sie konnten dann ja durch Ihre Ideen den Tätigkeitsbereich der CCC nochmal erweitern. Ja, ich war dort zuerst in einer Abteilung, die sich in erster Linie mit der Ersatzteillieferung beschäftigte, der Industrieanlagen, die CCC gebaut hat im Ausland und habe da dann festgestellt, dass bei den Brauereien, das war ja nur ein Sektor bei CCC, die ja auch mit ganz anderen Industrieanlagen sich beschäftigten, eigentlich ein Bereich vernachlässigt wurde, nämlich der Bereich der Lieferung von Roh- und Ersatzteilen. Weniger Roh- und Ersatzlieferung würde ich aber sagen, insbesondere Malz und Hopfen im Bierbereich, bekanntermaßen die Hauptprodukte, die überließ man anderen und lieferte nicht selbst, sondern man lieferte eigentlich nur die Ersatzteile. Und da habe ich ein Konzept entwickelt unter dem zuständigen Geschäftsführer vorgestellt, wie man das meiner Meinung nach machen müsste. Und das fand er gar nicht so schlecht. Das war dann so erfolgreich, dass man das sogar strukturell eigenständig aufgebaut hat. Ja, man hat gesagt, okay, leuchtet ein, ist ein interessantes Geschäft, würden wir gerne machen, aber können wir nicht unter unserem eigentlichen CCC-Namen machen, damit nicht der Eindruck entsteht, es kommt alles von uns aus einer Hand. Und dann hat man eine Firma gegründet, zusammen noch mit einem anderen Hamburger Unternehmen, einem Befreundeten, die spezialisiert waren auf Getränke, der Firma AMS. Die hat man gegründet und hat mich als Geschäftsführer eingesetzt und hat diese ganze Firma auch ausgelagert aus dem eigentlichen Hauptgebäude. Ich war also, saß also nicht mehr im CCC-Gebäude, sondern ich saß 500 Meter weiter an der Alster. Was ja auch keine so schlechte Adresse ist. War nicht so schlecht dafür. Das Geschäft hat sich dann ja gut entwickelt. Dann gab es wieder eine strukturelle Änderung durch einen Gesellschafterwechsel bei der CCC. Das war dann sieben Jahre später. Also eine ganze Zeit klappte das gut. Aber dann haben die CCC-Inhaber, insbesondere der Hauptinhaber Coutinho, beschlossen, die Firma zu verkaufen. Verkaufte die nach Amerika an eine Firma McDermott, die sofort dort einige Änderungen herbeigeführt hat. Und als generelle Politik hatte, man trennt sich von allen Firmen, wo man nicht 100% hat. Und da man bei meiner Firma, für die ich tätig war, keine 100%, sondern nur 50% hatte, hat man also gesagt, dann wird die Firma geschlossen. Das war die Situation 87. Und da habe ich dann gesagt, okay, zu welchen Bedingungen kann ich denn das übernehmen? Inventar und so weiter und so weiter. Und bis auf den Firmennamen konnte ich alles übernehmen und habe ich das weitergeführt. Wie lange haben Sie das dann noch gemacht? Das habe ich eigentlich gemacht dann von 87, eigentlich bis 96, bis ich dann noch zusätzlich eine andere Tätigkeit aufgenommen habe. Sie haben ja dann auch so ein wenig von der Brauerei weg in den Kautschuk-Bereich gewechselt. Wie kam es dazu? Das war auch zufällig. Ich bin von einem Banker angesprochen worden, ob ich Interesse hätte oder mir vorstellen könnte, zu einer Firma zu wechseln, die in erster Linie aus Asien Kautschuk importiert. Die Firma Paul Tiefenbacher, die brauchten jemanden, weil der Senior sich zurückgezogen hatte. Und vorher hat er noch den Großteil seiner Firma an seinen malaysischen Kunden verkauft, eine Plantagenfirma. Und es ist eine sehr traditionsreiche, uralte Hamburger Firma, Tiefenbacher. Da habe ich mich mit denen getroffen, habe mich damit beschäftigt. Es war ja auch Außenhandel, in dem Falle eben mehr Import und kein Export. Wie ich es bisher gemacht hatte. Aber die Länder waren angenehmer als Afrika. Und dann haben wir uns geeinigt und dann habe ich da einen Vertrag unterschrieben. Wie ist denn da die Lieferkette? Wie produziert man Kautschuk? Wie wird es transportiert? Wer verbraucht es am Ende? Kautschuk wird ja gewonnen von den sogenannten Kautschukbäumen, Gummibaumen, wie wir sagen würden. Das ist diese Latexmilch, die da rausfließt. Die werden so angeritzt und dann wird diese Kautschukmilch aufgefangen und wird verarbeitet. Und dann containerweise verschifft nach Europa und wird hier gebraucht. Zum Beispiel natürlich in der Reifenindustrie, ganz klar. Wird aber auch in anderen Industrien gebraucht für die verschiedensten Produkte. Gummi verarbeitende Industrie. Und ja, diese Kautschukbäume, die tragen eine ganze Zeit von Jahren und dann sind sie leer sozusagen. Dann passiert nichts mehr. Und dann setzt eben der Prozess ein, der immer sehr stark kritisiert wird, zurecht, dass man früher die Brand gerodet hat und wieder aufgeforstet hat. Okay. Und da hat meine Firma, ja, da haben die schon damals Ende der 90er Jahre gesagt, wir überlegen uns mal, was wir mit diesen Bäumen, die der Nacht sind, was wir mit dem Holz machen können. Und haben dann eine Parkettfabrik gegründet, eine Möbelfabrik gegründet und so weiter. Haben also dieses Holz wiederverwertet. Das war ein guter Ansatz, schon damals. Und damals noch, als der Begriff Nachhaltigkeit nicht in aller Munde war, schon genau. War schon ein bisschen früher. War Ende der 90er. Was haben Sie dann als nächstes gemacht? Als nächstes habe ich gemacht, also ich war erst mal sechs Jahre auch da tätig. Dann wurde das hundertprozentig mal leisisch und ein bisschen schwierig, weil die ganz eigene Vorstellung hatten von dem, wie das hier laufen sollte. Dann habe ich meinen Vertrag nicht verlängert, sondern habe ihn auslaufen lassen. Und dann habe ich mein eigenes Büro wieder gemacht, habe mich dort konzentriert auf familiäre Dinge, aber auch auf Beratung nach wie vor ein bisschen. Habe auch ein bisschen im Sportartikelgeschäft ein bisschen was gemacht, aber nicht besonders erheblich. Also weiter ein bisschen beruflich tätig gewesen. Aber das hat Ihnen dann ja die Freiheit gegeben, sozusagen in der eigenen Unternehmung tätig zu sein, auch sich der Politik zuzuwenden. Zunächst in der Stadtpartei. Ja, das hat sicherlich geholfen. Das war 1993, als die Bürgerschaftswahl wiederholt werden musste, weil die CDU damals bei der Ausstellung der Kandidaten etwas nicht so ganz richtig gemacht hatte. Wurde die Wahl wiederholt. Markus Wegner von der CDU damals ausgetreten, im Zorn weggegangen. Der war meistens zornig und hatte die Stadtpartei die Wählerinitiative gegründet. Davon hatte ich gehört, im Abendland gelesen, habe dann als einer der ersten mich da auch gemeldet, einfach mal Interesse halber. Und dann haben wir diese Wählerinitiative gegründet. Und drei Monate später war die Bürgerschaftswahl und wir saßen auf einmal mit unserer kleinen Wählerinitiative, hatten es also die Fünf-Prozent-Würde geschafft. Das war natürlich schon gewaltig. Ich war stellvertretender Vorsitzender, aber nicht in der Bürgerschaft. Das hatten wir getrennt. Und drei Monate später hatten sich die Verhandlungen zwischen SPD und Grünen zerschlagen. Und Forscherau fing an Gespräche mit der Stadtpartei zu führen über die Bildung eines Senats, was natürlich auch schon ein einschneidender Schnitt war für eine Wählerinitiative. Und dann saß man im November des gleichen Jahres, also nachdem man gerade vier Monate alt war oder fünf, hatten wir Koalitionsverhandlungen mit den SPD-Größen zu führen. Das ist ja wahrscheinlich auch schwierig mit so Vollblut-Politikern auf der Gegenseite, die natürlich auch es gewohnt sind, ihre Interessen durchzusetzen, gegenüber den Idealisten. Wie hat sich das dann abgespielt? Das Herrschaftswissen war nicht auf unserer Seite. Das kann man nicht gerade behaupten. Wir hatten zwei Abgeordnete, die waren vorher übergetreten. Einer von der CDU, einer von der SPD, die waren ein bisschen erfahren. Wir hatten den einen oder anderen aus der Verwaltung. Aber wir haben natürlich für die einzelnen Bereiche, die wir dort mit denen abgehandelt haben, da hatten wir natürlich schon Riesen-Nachteile gegenüber der SPD. Ich habe, das war ganz lustig am Rande, ich war zuständig für den Bereich Sport, komischerweise, und habe mit Herrn Hackmann darüber verhandelt, wie wir mit dem Volksfahrstadion umgehen. 1993 wohl gemerkt, und habe dann Ihnen überreden können, dass wir reinschreiben, wenn jemand für einen Euro bereit ist, dieses Stadion völlig neu zu bauen. Nur, wenn jemand bereit ist, das Stadion neu zu bauen, kann er es für einen Euro erwerben. Und dann hat Herr Hackmann zu mir gesagt, können wir gerne reinschreiben, kommt eh nie jemand. Und einige Jahre später, als er Vorstandsvorsitzende des HSV war, wurde das dann durchgezogen für einen Euro. Das Herrschaftswissen, ja. Gleich noch ein paar Schritte weiter gedacht. Aber immerhin sind für Ihre Partei dann ja zwei Senatorenposten rausgesprungen. Ja, wir haben natürlich, wir haben zwei Senatorenposten bekommen, einmal Wirtschaft, einmal Justiz, also nicht unwichtig. Wir haben den Kardinalfehler gemacht, der Gedanke, dahinter war immer bei Stadtpartei, es soll nach Fähigkeiten besetzt werden und nicht nach Proports. Und insofern hat man sich dann entschieden, diese beiden Senatoren zu besetzen mit Nicht-Parteimitgliedern. Ist ein heerer Gedanke, ist aber, hat auch seine Nachteile gehabt am Ende, dass es überhaupt keine Rückkopplung da gab. Insbesondere als wir den Justizsenator einmal austauschen mussten, weil der wieder zurückging nach Sachsen, kam dann der Hoffmann-Riem dort rein. Sehr bekannter, sogar Bundesverfassungsrichter später, Jurist, der eigentlich ein Sozialdemokrat war und den die Stadtpartei überhaupt nicht interessierte. Da gab es keine Rückkopplung. Also das war zweischneidig, aber wir hatten zwei Senatoren, ja, das stimmt. Das hat dann für eine Legislaturperiode gehalten, danach war es dann ja vorbei. Sie haben dann ja aber auch der Stadtpartei nach einer gewissen Zeit erstmal den Rücken gekehrt. Ja, ich war drei Jahre Mitglied, davon zwei Jahre stellvertretender Vorsitzender. Es kam dann die Frage auf, weil die nächsten Wahlen näher kamen, ob ich bereit wäre, Spitzenkandidat zu werden. Da habe ich mir das angeguckt, wie das so lief und wie weit man sich auch so intern von den eigenen Prinzipien entfernt hatte und habe dann denen gesagt, also ich möchte das nicht und habe das also abgelehnt. Und das wurde am Ende dann Jürgen Hunke, der ist ja auch nicht ganz unbekannt. Bin dann noch ein bisschen in der Partei geblieben, aber bin dann nach einer gewissen Karenzzeit ausgetreten. Ende 96. Aber nach einer gewissen Zeit der Parteiabstinenz sind Sie dann wieder einer anderen Partei beigetreten. Ja, das war über zehn Jahre immerhin dazwischen, aber dann bin ich in die FDP eingetreten 2007. Durchaus aus Überzeugung, bin ich auch immer noch aus Überzeugung dabei. Ich hatte einfach festgestellt, dass ich eigentlich meistens die FDP gewählt hatte in den vergangenen Wahlen. Ich hatte mit Freunden zusammen mich da in dem damaligen Wahlkampf engagiert, in dem wir Spenden besorgt hatten. Und dann habe ich bei mir gesagt, dann kannst du eigentlich auch eintreten. Das habe ich dann auch gemacht. Anders als bei der Stadtpartei hatten Sie zwar zu Ihrer Zeit keine Regierungsbeteiligung, aber Sie waren dann ja Bürgerschaftsmitglied. Ein paar Jahre später, ja 2011. Von 2011 wurden wir nach sieben Jahren Abstinenz wieder gewählt, mit siebeneinhalb Prozent, glaube ich. Und hatten wieder eine Fraktion mit neun Leuten und da war ich auch dabei. Was waren Ihre Aufgaben innerhalb der Bürgerschaftsfraktion? Ich war innenpolitischer Sprecher und im Sportausschuss und im Justizausschuss. Und welche Highlights erinnern Sie aus der Zeit noch? G20 ähnliches? Ja, G20 war sicherlich ein Highlight, jetzt nicht im positiven Sinne. Aber das hat uns natürlich viel beschäftigt. Wir haben im Innenausschuss vorher gehört, bei verschiedensten Gelegenheiten, dass da gar nichts passieren kann. Wie gut man vorbereitet ist und der berühmte Hafengeburtstag eben. Und am Ende ist das passiert, was wir alle erlebt haben. Und dann in der Nachtbearbeitung haben wir dann diesen Sonderausschuss gehabt, G20. Da haben wir dann auch 80 Stunden unseres Lebens verbracht, ohne richtig weiterzukommen, weil das auch gar nicht gewollt war. Also das war schon ein negativer Höhepunkt, würde ich mal sagen. Aber ansonsten gab es durchaus auch im innenpolitischen Bereich doch Überschneidungen mit den anderen Parteien. Und gab es nicht nur Stress und Krach, das war nicht so. Aber in den entscheidenden Fragen, da hat die Regierung natürlich sich keine Blöße gegeben. Oder er hat auch gar nicht es für nötig behalten, da mal zu sagen, das haben wir einen Fehler gemacht. Das ist ja das Problem eigentlich heutzutage. Keiner sagt mir, ich habe da auch mal einen Fehler gemacht. Und ich habe immer recht gehabt. Ja, natürlich. Kennen wir ja an oberster Stelle in diesem Land. Und das ist zu wenig ausgeprägt, ja. Parallel dazu hat sich ja noch eine Tätigkeit entwickelt, die nicht originär mit Ihrer Geschäftstätigkeit zu tun hatte, nämlich beim HSV. Wie kam es dazu? Ja, das war in der Tat eine Überraschung für alle Beteiligten, glaube ich. Es war, gut, ich war im HSV lange Mitglied. Ich bin noch länger Anhänger dieses Vereins. Ich war tätig in der größten Abteilung, den Supporters, damals hießen sie Supporters fördernde Mitglieder. Also die passiven Mitglieder, hätte man früher gesagt, war ich in der Abteilungsleitung mal eine ganze Zeit. Ich war dann auch drei Jahre als Nachfolger von Henning Forschauer Mitglied im Aufsichtsrat des HSV. Und auch sonst da tätig. Aber dass dann in einer sportlich und wirtschaftlich schwierigen Situation 2011 man sich von meinem Vorgänger Herrn Hoffmann trennte und mich dann unter anderem ansprach, hat mich auch überrascht. Aber gut, ich kannte da Leute aus dem Aussichtsrat, die kannten mich auch. Es ging ja in erster Linie um eine kommissarische Übernahme, damit dieser Posten immer besetzt ist, wie satzungsgemäß vorgeschrieben. Sie haben es dann kommissarisch übernommen, aber dann ja nachher auch regulär. Ja, ja, ich habe es bis Mai, vom März bis Mai kommissarisch übernommen und man hat mich dann gefragt, ob ich bereit wäre, das hauptberuflich zu machen und habe dann einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Wie war die sportliche Entwicklung in der Zeit, als Sie Präsident waren oder Vorstandsvorsitzender? Ja, also die sportliche Entwicklung war nicht besonders positiv, das würde ich nicht so sagen. Als wir ins Amt kamen, also auch mein Kollege Hilke, der noch dabei war, waren wir so Achter, Siebter in der Saison. Hatten allerdings eben auch viele Spieler dabei, hochbezahlte Spieler, die der HSV sich A nicht leisten konnte und B noch gar nicht bezahlt hatte. Das heißt, es waren noch Abschlachtzahlungen zu machen in den darauffolgenden Jahren. Dann mussten wir, als wir einen finanziellen Überblick hatten, mussten wir feststellen, dass wenn wir so weitermachen, wir wahrscheinlich im Sommer insolvent wären. Das ist ja keine schöne Vorstellung. Insofern mussten wir sparen. Wir konnten uns wenig neue Spieler erlauben und haben dann auf jüngere Spieler setzen müssen. Es gab gar keine andere Wahl, was dazu führte, dass wir dann eben in den unteren Bereich der Tabelle abgerutscht sind. Jedenfalls vorübergehend. Wir haben das dann, wir waren auch ein Jahr, 2013 waren wir Ende Siebter, also durchaus im oberen Teil. Aber waren dann wieder, im Jahre 14 sind wir Drittletzter geworden mit Glück und mit noch mehr Glück nicht abgestiegen. Das gehört auch zur Wahrheit. Das war ja, glaube ich, sogar Ihr Vorgänger, der mal den Satz prägt, Profi-Fußball ist die Kunst, bei größtmöglichem sportlichem Erfolg möglichst knapp an der Insolvenz vorbeizuschrammen. Kann man einen Verein wirklich so führen? Nicht auf Dauer. Nicht auf Dauer. Und insofern haben wir ja damals sehr stark auch, ich habe das sehr stark unterstützt, diese Ausgliederungsgeschichte gemacht und haben gesagt, wir müssen einfach den Profi-Teil vom gemeinwirtschaftlichen e.V. abtrennen und wir müssen sehen, dass wir uns entschulden und wir müssen Geldgeber aufnehmen, beziehungsweise Anteilseigner aufnehmen und müssen sehen, dass wir in finanziell vernünftigere Bahnen kommen. Das ist ja dann auch von der Mitgliedschaft mitgetragen worden. Mit großer Mehrheit haben wir diese AG gegründet und da war ich auch sehr froh darüber, dass das geklappt hat. War eigentlich mein größtes Anliegen in meiner Zeit da im Vorstand. Und leider Gottes hat man dann aus dieser AG nicht das gemacht, was wir eigentlich den Leuten versprochen hatten, aber das ist ein anderes Thema. Und dennoch konnte man ja wahrscheinlich auch sich glücklich schätzen, so jemanden wie Herrn Kühne in schwierigen Zeiten an der Seite zu haben. Zumindest waren die Finanzspritzen, die damit verbundenen Geschäfte sind nicht bekannt, müssen sie auch nicht immer sein. Aber hätte man Alternativen gehabt überhaupt? Na ja, das muss man zwei teilen. Zum einen war Herr Kühne, als ich dort begann, schon engagiert dort bei einem besonderen Modell, was sich Herr Hoffmann ausgedacht hatte. Hat er dem HSV schon Geld gegeben und war damit auch an Spielern beteiligt. Also er war da schon, hatte da schon einen Fuß in der Tür. Er hat dann natürlich auch sicherlich uns geholfen, gar keine Frage. Und er ist begeisterter HSVer. Das steht außer Frage. Meine Vorstellung war allerdings immer, nachdem wir ausgegliedert hatten, dass wir als Gesellschafter, als Teilhaber nicht irgendwelche Leute, die es aus Hobby machen, haben, sondern wirtschaftliche Interessen damit verbinden. Und sich beteiligen, weil sie ähnlich wie es bei Bayern ist, mit Adidas, mit Audi und solchen Firmen, wo die einfach ein wirtschaftliches Interesse haben und sich dort engagieren. Nicht, weil sie meinen, da besonders viel Geld zu verdienen, aber weil sie einfach präsent sein wollen bei einem Verein, bei einem bekannten Verein, bei einer Marke. Und das hat man versäumt. Und stattdessen hat man immer Herrn Kühne gestattet, immer mehr Anteile zu erwerben. Und sicherlich hat das nicht dazu geführt, dass es für andere attraktiver wurde. Aber es ist ja spannend zu sehen, andererseits den Profifußball, den Sie sehr eng begleitet haben. Aber Sie waren ja auch im ehrenamtlichen Bereich tätig. Sie waren im Präsidium des Hamburger Fußballverbandes. Sie kennen den Norddeutschen Fußballverband. Sie kennen den DFB. Was für Welten prallen da aufeinander zwischen den Profivereinen und den Ehrenamtlern? Und wie kriegt man das deckungsgleich unter dem Dach Fußball? Ja, das ist ganz schwierig. Also ich meine, ich kam ja aus dem Bereich Profifußball, vollkommen richtig. Und bin dann ja angesprochen worden, nach dieser Zeit, ob ich mir vorstellen könnte, auch im Hamburger Fußballverband was zu machen. Was ich dann, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Aber ich fand es dann eigentlich ganz gut und interessant, sich mal mit der anderen Seite, also nicht mit dem Amateurbereich sozusagen zu beschäftigen. Habe das dann ja auch über sechs Jahre gemacht. Also das kriegt man gar nicht unter einem Hut. Und diese ganze Konstruktion, die wir da haben mit DFL und DFB und Personenaustausch und dergleichen, ist ja der Versuch, das zu tun. Auf der anderen Seite ist es ja durchaus so, dass die Profivereine auch den Amateurbereich mitfinanzieren. Das darf man nicht vergessen, auch bei den ganzen Verträgen, die es da gibt. Also ganz unter einem Hut wird man es nicht kriegen. Aber ich glaube, bei beiden Seiten muss eigentlich die Einsicht vorherrschen, dass der eine den anderen braucht. Denn auch der Profibereich ist ja ohne den Nachwuchsbereich völlig aufgeschmissen. Also ich hoffe, dass sich das durchsetzt. Ja, das ist ja auch das, was man sozusagen alle drei Jahre mal bei den DFB-Bundestagen erlebt, wenn es um Personalentscheidungen und Ähnliches geht. Gerade in dieser Zeit über diese Berichten hat ja auch der DFB häufige Wechsel in der Präsidentenposition. Ist Ihr Gefühl, dass es im Moment jetzt wieder in etwas ruhigerem Fahrwasser ist, dass die Nationalmannschaft jetzt auch mit dem neuen Bundestrainer nach der EM wieder das alte Feuer entfachen kann? Also ruhiger geworden ist es auf jeden Fall. Ich glaube, in den sechs Jahren, in denen ich da, oder gut sechs Jahre, in denen ich da im Fußballverband war, habe ich, glaube ich, mindestens drei DFB-Präsidenten erlebt. Und das ist natürlich ruhiger geworden im Moment, wobei ich nicht glaube, dass alle Schwierigkeiten, auch finanzielle Schwierigkeiten im DFB geregelt sind. Das ist nicht mein Gefühl. Aber es ist für den DFB natürlich extrem wichtig, dass sein Vorzeigeprodukt, nämlich die Nationalmannschaft, wieder ein anderes Standing bekommt. Dass wir da erfolgreicher sind, dass dort auch mehr Geld verdient wird wieder. Das ist ja die Haupteinnahmequelle. Und da hat man den Eindruck, dass das der Nagelsmann geschafft hat und dass das auch die Medien wohlwollend unterstützen. Das ist ja auch immer nicht ganz unwichtig, wie man so ein Spiel und wie man so Ergebnisse bewertet. Das kann ja doch durchaus sehr unterschiedlich sein. Da habe ich das Gefühl, dass man das auch will von Seiten der Medien und das hilft. Sehen Sie denn den HSV-sportlichen Moment auch auf dem Weg wieder in die Bundesliga? Die Zweitliga-Situation ist ja eher geprägt davon, dass oben keine Mannschaft so richtig konstant spielt. Zum Glück für den HSV. Aber ja, sehen Sie den HSV noch oben? Ich sehe den seit sechs Jahren oben. Jedes Jahr tippe ich das wieder. Man könnte natürlich da langsam mal zweifeln. Ich bin eher einer, der meint, jetzt sind wir mal dran. Der bisherige Verlauf ist sicherlich nicht optimal. Wir profitieren davon, dass die anderen auch nicht konstanter sind als wir. Ich sehe da auch nicht den absoluten Überflieger, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass der HSV einfach von seinen Möglichkeiten her, aber das predigen wir seit Jahren. Insofern ist das allgemein gut, von seinen finanziellen wie auch Kader-Möglichkeiten aufsteigen muss. Kommen wir nochmal auf diese andere Tätigkeit. Verlassen wir den Fußball, die Politik zurück. Seit gestern wissen wir, es wird am 23. Februar vorgezwungene Bundestagswahlen geben. In Hamburg wird zudem am 2. März die Bürgerschaft neu gewählt. Wie sehen Sie die FDP aufgestellt für diese beiden Wahlen im Moment? Grundsätzlich, glaube ich, hat sich unsere Ausgangsbasis verbessert in der letzten Woche, nachdem die Ampelgeschichte beendet war. Das war schon eine außergewöhnliche Belastung, die gerade wir zu tragen hatten, weil gerade unsere Wähler, glaube ich, mit vielem, was dort entschieden worden ist, nur schwer leben konnten. Ging mir zum Teil auch so. Insofern ist das eine gewisse Erleichterung da. Die Umstände, wie es geschehen ist, haben auch dazu geführt, dass, ich konstatiere, zurzeit haben wir einen unglaublichen Zulauf an neuen Mitgliedern. Jetzt seit der letzten Woche. Seit der letzten Woche, genau seit dem Ausstieg aus dem, oder Rausschmiss könnte man ja fast sagen, aus der Ampel. Ob das so weitergeht, wie sich das entwickelt, weiß ich nicht. Ich glaube, unsere Ausgangsbasis hat sich dadurch verbessert. Insbesondere für Berlin, für den Bundestag, für die Bürgerschaft ist es unverändert. Wir sind da immer hart an der Kante, der 5 Prozent, haben häufig das Problem. Jedenfalls hatten wir es beim letzten Mal. Die Funktion ist schwer zu erkennen, die die FDP hat. Die Leute wählen dann die FDP, wenn sie sagen, wir wollen die FDP in einer Regierung unterstützen, in einer gewissen Situation unterstützen. Wenn aber von vornherein es nur um Rot-Grün oder Grün-Rot geht, ist es immer schwieriger, eine Funktion zu entwickeln. Dann ist es ja auch die Frage der Wirtschaftskompetenz, die man der FDP immer noch zutraut, die vielleicht in der Ampel-Koalition nicht so durchgedrungen ist. Aber gerade wenn man sich jetzt auch losgelöst von Hamburg und Berlin die gesamtpolitische, weltpolitische Lage anguckt, der Rauswurf von Herrn Lindner kam ja nahezu zeitgleich mit der US-Präsidentenwahl, und Kongresswahl in Teilen, die Europawahl liegt noch nicht mal ein halbes Jahr hinter uns, auch mit gewissen Tendenzen. Es ist ja, der Kanzler sprach im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine mal von einer Zeitenwende. Wie muss sich eine Partei auch auf diese komplett, selbst wenn man sich mit einer wirtschaftspolitischen Kompetenz positioniert, wie muss man diese gesamte Entwicklung international auf europäischer Ebene in Deutschland, wie kann man darauf neue Antworten finden? Machen Sie auch ein neues Grundsatzprogramm? Wie geht man damit um? Nein, ein neues Grundsatzprogramm werden wir im Moment nicht machen. Unser ist es noch gar nicht mal so alt. Aber wir werden natürlich und müssen permanent uns auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Wir haben ja dieses Wirtschaftspapier von Christian Lindner, was er zwei, zehn Tage vor dem Ende der Ampel da präsentiert hat, worüber sich dann die anderen beiden Parteien unheimlich echauffiert haben. Wobei sie dann nicht erwähnt haben, dass ja Herr Habeck ein ähnliches Papier gemacht hat aus seiner Sicht und Herr Scholz auch seine Maßnahmen. Insofern haben alle drei da was dazu beigetragen, worüber man hätte reden können. Ich glaube, das, was der Lindner dort verschickt hat, ist schon, was die Wirtschaft angeht, schon unser Kern, der Kern der liberalen Partei, wie wir uns das vorstellen. Und das geht ja in alle Bereiche rein. Wenn Sie nur den Bereich Schuldenbremse nehmen, dann sind wir ja, glaube ich, diejenigen, die am klarsten sagen, nein, wir halten uns daran, wir wollen auch, dass die bleibt, weil alles andere auf Schulden aufzubauen und nicht bereit zu sein, in anderen Bereichen was einzusparen, geht zulasten der nächsten Generationen. Das ist ja kein leerer Satz, das ist ja so. Und es klingt dann immer so, als ob wir im Moment keine Schulden machen, wir machen aber 50 Milliarden neue Schulden, das ist noch im Rahmen der Schuldenbremse erlaubt. Insofern machen wir schon Schulden, aber das dann immer aus Angst davor, im Sozialbereich irgendwas zu kürzen, immer neue Schulden zu machen, das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Und da müssen wir ansetzen. Und so geht es auch mit den Verteidigungsausgaben weiter und mit allen anderen Bereichen auch. Wenn wir nicht bereit sind, als Regierung mal zu sagen, wir haben ja Rekordsteuereinnahmen, das ist ja nicht so, dass der Staat kein Geld hat, sondern wir haben Rekordeinnahmen. Wir sind aber nicht bereit, für andere Projekte irgendwo mal zu sagen, wir müssen auch mal streichen, wir müssen auch mal sparen. Ja, man liest, glaube ich, fast in jedem Parteiprogramm Entbürokratisierung als Thema. Donald Trump will jetzt Elon Musk eine eigene Behörde errichten, die genau das macht, wo er mit sehr tatkräftigen Worten Handlungen ankündigt. Wie kann man so etwas tatsächlich mal umsetzen? Denn man hat es ja im letzten halben Jahr auch gesehen, auch das war ja durch die FDP initiiert, dieses Lieferkettengesetz, Deutschland schon existent, auf europäischer Ebene sollte noch ein anderer Schritt vollzogen werden. Das ist da nicht zustande gekommen. Jetzt hat der Kanzler gesagt, auch in Deutschland muss man das wieder zurücknehmen. Das ist ja so ein Hü und Hü. Das ist ja auch oftmals schwer nachvollziehbar. Und der Unternehmer, der davon wirklich betroffen ist, kann sich ja manchmal nur sehr schwer auf etwas einrichten. Wie geht man auch damit um, dass der Adressat dieser ganzen Maßnahmen damit zurechtkommt? Denn das ist ja das, worunter viele Unternehmen, aber auch Bürgerinnen und Bürger so leiden. Ich glaube, das kann man nur mit einem radikalen Schritt machen. Ich glaube, jede Partei, wie Sie schon sagen, verkündet das jedes Mal vor jeder Wahl. Und es passiert eigentlich nichts Einschneidendes. Es gibt dann irgendwann mal ein Gesetz, Bürokratie, Reduzierungsgesetz, aber das steht auch nicht durch. Ich glaube, man kann es nur mit radikalen Schritten machen, indem man einfach mal sagt, ab dem nächsten Monat gibt es einfach keine weiteren, neuen Bestimmungen, was Bürokratie angeht. Nichts Neues mehr. Nichts Neues mehr. Anstatt immer alles Mögliche noch neu regeln zu wollen. Ich meine, ich fand das beste Beispiel, dass die Ministerin der Grünen in Schleswig-Holstein hat ja neulich die Idee gehabt, dass man regeln sollte, dass man nicht mehr rückwärts in eine Garage fahren kann. Ja, man hält das für einen Scherz, aber das war wirklich so. Die hat gesagt, also das wird zu gefährlich, weil man nicht so genau sieht, wer hinter einem steht. Man sollte eine Regelung beschließen, dass man nicht mehr rückwärts in seine eigene Garage fahren kann. So, und das zeigt eigentlich wunderbar diese völlig verrückte Regulierungswut, diese Regulierungswut, die wir haben. Und das kann man nur radikal stoppen, indem man sagt, ab morgen gar nicht mehr. Und dann überlegen muss man mal, was wir runterfahren können. Ich habe das ja neu bei Frau von Albindel hier gehört. Die hat es ja auch beispielhaft sehr gut geschildert, wie das in der Gastronomie, welche Blüten das treibt. Ja, da gibt es ja auch so ein Parteiprogramm, ein Rezeptbuch, glaube ich, hat das die DEHOGA genannt dafür. Aber wäre dann vielleicht auch eine Entbürokratisierungsbehörde mal eine Maßnahme, um das Thema strukturell anzugehen? Die müsste dann aber auch die Macht haben, um wirklich was zu ändern und nicht nur wie der Rechnungshof was vorzuschlagen oder was zu kritisieren, was aber keinerlei Folgen hat. Das hilft uns ja nicht weiter. Der Rechnungshof sagt immer schlaue Dinge und führt die jedes Jahr wieder an, wo Geld zum Fenster rausgeschmissen wird. Aber es hat ja keine bindende Wirkung. Stimmt. Das ist es. Im Grunde hat man sozusagen statisch schon die Rechnungshöfe, Bundesrechnungshöfe, Bundesrechnungshöfe und Landungshöfe und hat den Bund der Steuerzahler aber in der Tat ohne Kompetenzen wirklich etwas zu ändern. Ohne bindende Wirkung. Ja. Zum Abschluss unseres Gesprächs geben wir unseren Gästen über die Möglichkeit, drei Wünsche zu äußern. die in den nächsten zwölf Monaten in Erfüllung gehen sollten. Das kann realistisch, das kann unrealistisch sein. Das kann was aus dem privaten, aus dem geschäftlichen Bereich sein. Was wäre das? Aus dem sportlichen Bereich. Aus dem sportlichen, selbstverständlich. Drei Dinge. Na gut, zum einen natürlich Gesundheit für seine Familie und sich selbst wünscht man sich natürlich vorrangig. Ich wünsche mir eine, dass wir in möglichst kurzer Zeit eine stabile Regierung bekommen und ich würde mir wünschen, dass wir gesellschaftlich gesehen wieder etwas mehr zurückkehren zu einem Diskurs und weniger dazu, dass wir andere Meinungen gar nicht mehr tolerieren, sondern Leute, die mit anderen Meinungen gleich in irgendeine Ecke stellen. Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem unserer Gesellschaft, dass wir diese Diskursfähigkeit nicht mehr im ausreichenden Maße haben, wie ich finde. Herr Jauch, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.